Na 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 na! Na 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 na! Absolut großartig! Wo sind die Ladies heute Abend? Wir wurden uns heute schon gefragt, mindestens 3 Millionen Mal, oder? Ja, bestimmt. Okay, dann frage ich anders. Haben wir hier Barbie-Puppen? Nein, das ist schön. Das ist großartig, das ist meine Wunschvorstellung. Haben wir hier die Ronja-Räuber-Töchter? Das war nicht überzeugend, Ladies. Ich meine mit Ronja-Räuber-Töchter die Ladies, die sich auf keinen Fall irgendwas gefallen lassen. Die genau ihr Ding durchziehen, worauf sie Bock haben. Und darum fragen sich jetzt noch einmal. Wo sind meine Power-Ladies? Schön, dass ihr hier seid. Absolut großartig. Ja, Jungs. So, ich kann mich später. Okay, meine nächste Frage. Wie viele kommen denn aus dem Dorf? Wie viele kommen aus der Stadt? Oh, gnadenlos Ausgebot. Habt ihr das gehört? Gnadenlos Ausgebot. Das kann mir so nicht auf euch sitzen lassen. Pass auf, mein Kumpel, der Münz, ich weiß gar nicht, irgendwo steuert er rum. Er ist Berliner. Er kommt aus Berlin. Und immer wenn er mich sieht, sagt so, na? Du Dorfkind, was geht ab? Er versteht das nicht so ganz. Weißt du so, die Momente als Dorfkind, die man so durchnäht. Ich hoffe ihr wisst, was ich meine. Weißt du so, einfach Pierchen unter den Arm, ab an See, einfach ballern. Wer kennt's? Ja, das ist der Dorfkind-Moment. Und dann sage ich immer so, Baby, pass auf. Ich bin ein Dorfkind, aber bin ich stolz. Denn der Dorfkind hat den aus Blut und Holz. He, he, ich bin ein Dorfkind, das kann schön erscheinen. Als Affen nah zu leh. Ich bin ein Dorfkind, ich bin ein Dorfkind, denn der Dorfkind hat den aus Blut und Holz. Ich bin ein Dorfkind, das kann schön erscheinen. Als Affen nah zu leh. Aber er hat einen Good-Town.